Und herzlich willkommen zurück bei Saints Row 4 Genau Mit Michasnake und Shadow Mask Genau Jo, wir haben uns jetzt entschlossen doch mal weiter zu machen Weil Micha wollte eigentlich drei Parts machen und dann aufhören Aber es macht gerade so fun Dann machen wir nochmal weiter, hey Oh, hinter dir ist auch noch was irgendwo auf dem Gebäude da hinten Ja, ich geh da schon rauf Komm, wir suchen mal alles ab hier und holen uns noch mehr Punkte, alter Ja, super, man Ach, wie geil Ich hab wieder einen Oh, da hinten auf dem Gebäude sind auch noch wieder Das Alter, das macht voll fun Denk mal, das ist nur die eine Stadt, wir haben ja noch zwei weitere Ja, nee, das ist ja eigentlich nur so ein kleiner Ort Die Welten sind ja noch größer eigentlich hier Oh, gerade rübergebasht zu diesem Teil Ja, aber wenn ich jetzt hier die Karte von, äh, hallo Wenn ich die Karte von Steelboard aufmache Der Hammer Ja, und wir sind nur so ein kleines Gebiet gerade hier Hier sind auf den ganzen kleinen Familiendingern Sind hier lauter solche Teile drauf Ja, ja, ich seh es Ich sammle die gerade nacheinander hier ein, siehst du ja Special gerade bei dir auf hier Und wieder einer Und da auf dem Schild I want you Hier mit Onkel Sam Wieder einer Alter, Alter, das wird immer mehr Bäm, Alter Ich sammle jetzt alles ein, was leuchtet, Alter Ja, das muss durchlaufen Natürlich Oh, ein Bonbon 40 von 100 Meinst du, kriegen wir noch alle? Meinst du? Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ja, mach eine Folge nur mit einsammelnden Scheiß drauf Da können wir auch coole Fähigkeiten dann machen Die Leute wollen bestimmt auch die Fähigkeiten gerne sehen So vom Anfang, Alter Wieder einen eingesammelt? Oder? Nee, du Ja, ich hab auch einen Ja Ach nee, dachte, war schon von mir hier der eine Ach, da ist einer Ach, du bist auch hier gerade? Ja Okay, du hast den eingesammelt, wo ich gerade bin Ich geh mal da hinten rüber Ja, ich hoffe, dass wir zur gleichen Strecke brechen werden Hab wieder einen Aber es ist so verwirrend, wenn die Gebäude auch noch so leuchten Da denk ich, hier höh, ist da wieder eins? Ja, ja Da hinten ist auch wieder Boah, hier ist alles voll, wenn du hierher kommst mal Schau mal in meine Richtung her Hier sind überall so kleine Dinger hier auf den Gebäuden Das ist ein Gebäude im Weg, aber bei mir, ich hab auch gerade vier Stück mindestens Boah, hier sind, boah, Alter, hier sind mindestens 10 oder 15 Dinger hier Auf lauter kleine Dinger hier Ich glaub, die kriegen wir doch alle Ja, hier ist wieder einer Da drüben ist auch noch Ah, bei dir ist auch noch eine Welche Aber ich geh jetzt erstmal die andere Richtung hier Weil hier ist auch noch alles voll gewesen mit den kleinen Gebäuden-Dinger hier Boah, das kriegen wir doch locker hin, Alter Dann tunen wir mal die Fähigkeiten fett auf hier Später kriegen wir sowieso wahrscheinlich alle Fähigkeiten her Mit den ganzen Punkten da Boah, das ist voll ercheatet hier irgendwie, weißt Ja, da hinten ist auch noch was Und das ist echt nur diese kleine Gegend hier, Alter Und wenn da schon 100 sind Ich will gar nicht wissen, wie viel es insgesamt gibt, Alter Ja, für jeden Fall Das sind ja gerade nur die zwei Fähigkeiten, es gibt ja noch mehr Oh, hier ist so eine Kugel Was ist denn mit der fucking Kugel hier? Ich glaub, da kann man nichts machen, zumindest noch nicht Achso, ich dachte, die hast du eingesammelt gehabt Ne, ne, ich war vorne noch dran, aber Ne, ja, vorne habe ich eine eingesammelte Kugel, aber es war wahrscheinlich eine freigeschaltete oder so Vielleicht muss man die irgendwie erst mal aktivieren oder keine Ahnung was Doch, vor allem ist ein Kamin einer entdeckt Ja, hier ist alles voll, Mann Hier sind auf jedem Gebäude, wo ich hier gucke Da und da hinten, wo es rot ist Ich sehe auf jeden Fall hier mindestens noch vier Da ist wieder einer Boah, schau mal an, wir haben schon wieder 32 Ja gut, bei mir ist 32, ich habe ja voll viel eingenommen hier, also voll viel Bei mir ist 34 Ja, du hast weniger, glaube ich, ausgegeben wie ich Ich habe ja noch Tempo und so Zeugs gekauft da Boah, da sind nochmal vier da hinten Und da nochmal fünf, sechs, sieben, acht Alter, wie viel sehe ich denn da Die 100 kriegen wir locker zusammen hier, so viele, wie hier sind Hier sind doch mehr als 100 hier, oder? Hier ist wieder einer, da drüben, da drüben Alter, ist alles voll hier Alter, hinter mir auch Da hinten ist auch noch alles voll Allein in diesem kleinen Gebiet sind echt 100 Stück nur? Warte mal, ich gucke mal, gucke mal auf der Karte, warte mal Vielleicht kriegen wir uns in der Karte gezeigt, wie vorher, dass wir hier in dem Gebiet Ich glaube nicht Überweisungsrate, nee, Getaways Da steht leider nicht, wie viele Aber wahrscheinlich nur in diesem Gebiet, mal schauen wir mal auf die Karte Siehst du dieses abgezäunte Gebiet, das ist wahrscheinlich echt nur dieses Gebiet Das abgezäunte Wenn du auf die Karte schaust Dieses abgerundete mit dem lila Kreis rumrum Nee, nee, das ist immer bloß gebietweise Ja, sag ich ja, das Gebiet hier, wo du siehst auf der Karte Wenn du drauf lenkst, wo abgegrenzt ist hier mit dem Ja, was ist damit? Ja, das ist bestimmt nur das Gebiet hier, wo wir das gerade einsammeln Ja, aber ich bin doch in dem anderen Gebiet, gell? Achso Achso, okay Bargeld haben wir auch wieder Bargeld haben wir? Okay Das geht aber diesmal auch schneller Stimmt Weil vorher hat es ja ewig gedauert, hey Ja, das sind 14 Minuten haben wir gerade mal ausgerechnet Und es geht auch viel mehr, oder? Ach nee, das ist erstmal richtig wenig erstmal Aber egal Aber schau mal, es sind schon wieder drei Striche von Bargeld Ja, das wurde schon irgendwas Alter Ist ja alles voll noch mit diesen blauen Dingern, Alter Oh, weißt du, was auch ganz cool ist? Was denn? Wenn du ins Wasser fällst Ja Kannst schon ein Mega-Jump aus dem Wasser machen Cool Da habe ich wieder einen Ja, schau Datensammlung 44 habe ich gerade Nein, sieht das Wasser eh komisch aus Ja, man kann auch, glaube ich, über das Wasser laufen Da war auch eine Fähigkeit zum Freischalten Supersprung-Distanze Können wir auch locker die Dinger freischalten hier Nicht nach unten gucken Sechs von Zehn Lol Yay Ah, hier über mir ist das irgendwie Supersprung Du hast wieder das eingesammelt? Ich auch jetzt hier? Zack Ja, ich sehe, du bist hinten irgendwo irgendwo im Gebäude Ja Taten-Sammlung 49 bei mir Bei dir wahrscheinlich mehr Ja, 59 Ja, schau Du hast zehn weniger ausgegeben Wahrscheinlich hast du eine Attacke weniger als ich jetzt Noch Also da oben ist einer auf dem Kraftfeld, aber da komme ich nicht hoch Echt? Ja 80 von 100 haben wir schon, Digga 80 von 100 haben wir Cool Sollten wir mal Was? Ja Boah, guck mal bei mir hier, da ist so ein komisches Zeichen So ein komisches Alien-Fuck-Viech oder keine Ahnung Redman oder wie? Ja Redman wahrscheinlich, ja Keine Ahnung Das sieht doch auch aus wie ne Ratte, ey Tatsache Redman Didi 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 Oh, da hinten ist auch noch was auf dem Gebäude Yay Ich will auch noch mal so ein Alter, der L2-Sprung muss aber noch ein bisschen weiter gehen Oder direkt fliegen Ja, mit Sicherheit auch irgendwann Ja, fliegen auf jeden Fall habe ich ja irgendwas gesehen gehabt, glaube ich Fliegen wird so stylisch, da brauchen wir auch keine Flugzeuge mehr Oh, da unten sind auch noch so Kugeln Aber ich glaube, die kann man nicht einsammeln, ja? Kugel? Da Naja, kann man später auch schon irgendwas machen Ja, das war das Spiel Auf jeden, Alter 54 habe ich jetzt, Alter Bei dir sind es wahrscheinlich 64, wa? Ja Oh, wie man beim Rennen die Autos wegbashen kann, ne 56, Alter Boah, da Hier ist auch noch wieder einer Na, komm hoch, geh hoch Gut Oh, jetzt ist es langsam eng, also jetzt sehe ich grad nichts Doch, da hinten läuft noch irgendwas Da hinten läuft aus, ist noch eins Was ist das da? Was ist denn das hier, hä? Ach, hier sind, hier beim Brunnen sind lauter Bruchstellen hier Oder beim Baum halt hier Es sind lauter Bruchstellen, da stehe ich wieder mit so einem Stampfding oder sowas Da ist nochmal einer Ja, ich sehe grad hier keinen Das wird's echt langsam eng hier, ein bisschen Ja, ich hab hier noch Da ist nochmal einer Leipzig Ich kletter mal irgendwo auf so ein fettes Gebäude rauf Ist hier irgendwo bei mir noch eins in der Nähe, ein fettes Gebäude? Ah ja, da hinten ist eins 61, ja wie du das 71, wa? Ja, aber ich zähle grad allgemein diejenigen Oh Was war denn das jetzt? Wir haben jetzt 92 So Wusch 63 63 Was, 93? Ja, 93 noch Oder 93 insgesamt von 100 Okay Ich schau grad von oben runter Ich guck grad mal, ob ich was sehe von hinten hin Ich hab hier noch jede Menge Echt? Ja Boah, hier bei mir ist grad ein bisschen Ebbe Alter, komm in das Gebiet, wo ich bin Oh, warte, ich glaub da hinten hab ich was Ich glaub ich hab da was Da hinten ist was blaues Sieh schon wie viele wir schon wieder haben hier Ja 66 hier 66 Da oben ist irgendwas Was ist da? Ist das auch so ein Teil, oder? Ui Ach ne, hier ist auch eine Wand, so ein Smash-Dingel Ja, ich komm mal zu dir, aber hier ist bei mir nichts irgendwie Waren schon echt alle eingesammelt hier, oder was? Ja, ich hab noch Oh, warte, hier ist noch Ist hier noch was? Ne, hier ist nur eine Kugel wieder Ah, da hinten sehe ich was bei dir Da hinten war aber irgendwas bei dir Da hinten auf einem kleinen Mini-Gebäude unten Ah, da sind noch mehrere Hier ist auch eins Hier ist eins Stimmt, da hinten sind viele bei dir Wie viel haben wir denn jetzt insgesamt? Äh, 99 wahrscheinlich Alter, wo ist denn das Gebäude? Zack 100 von 1.255? Ernsthaft? Ernsthaft? 1.255? What the fuck? Ich glaub das sind alle, die wir dann einlammeln müssen Ja, auf... Ich denk's mal, so erst 100 Oh, oh, ein Bonbon haben wir grad gekriegt Aber komm, wir sammeln noch ein bisschen... Alter, hier ist noch alles voll hier bei mir Wo ich hier bin, schau mal an Ui, 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 ui Ja Also ich krieg auf jeden Fall keinen Schaden, wenn ich irgendwo runterfalle Alter, hier ist noch echt alles voll Überall seh ich jetzt noch blaue Dinger Aber da hinten, wo wir waren, da war nix mehr Die kann bestimmt später irgendwann aufspüren mit irgendeinigen Fähigkeiten oder so Da ist wieder einer Jetzt auf einmal krieg ich wieder lauter Teil hier Es ist wieder alles voll Aber 1.255? Ernsthaft? Boah, wir können die ganzen Fähigkeiten auftunen, Alter Ey, wir machen jetzt grad zwölf Minuten alles voll hier grad Scheiß drauf Die Leute freut's bestimmt hier, wenn sie hier sehen, wie wir alles hier durchfarmen, Alter Ich tu sowieso gern farmen Ach du Scheiße, sind da viele Ja, bei mir ist hier alles voll mit kleinen Gebäuden und sowas, Alter Und auf den Silos sind auch noch welche, wo ich gesehen hab Hier ist wieder einer Oha Boah, jetzt bin ich bestimmt Level 14 mit meinem PSN-Konto Weil hab ich nämlich letztens geschaut bei Final Fantasy Und da war es noch Ähm Oh, ich hab hier irgendwas gefunden Hilfst du mir? Ja, warte ich mal Hier kommt so ein abgefucktes Gebiet hier von dieser Typis Ah Oh, ich hab nicht nach unten gucken grad gekriegt Du auch? Nein Hab ich grad nur Trophy gekriegt Okay Die halten aber ganz schön was aus, die Scheißviecher Das ist jetzt Kopfschüsse, halten da einiges bei denen, ey Bei den fetten Schädel, Alter Ah, irgendwas schießt der von oben, Alter Boah, da sind fliegende Typis und so ein Hofer-Ding, Alter Ja, aber das ist noch so ein Flug-Ding Jetzt da Da war noch so ein fucking Flugzeug Aber da sind noch mehr Typis hier Hier kommen noch welche, Alter Oh, ich glaub wir sollten abhauen und diese scheiß roten Striche da wegkriegen, oder? Aber stimmt Komm, wir rennen einfach mal Superspeed Rennen? Wieso rennen? Ich rippe einfach Ey, ich mach Superspeed Oh, wie schnell wir einfach weg sind hier Oh, oh, ich hab ein neues Gebiet gefunden, scheiße Kommt's auch mit? Ja, bin unterwegs Da renne ich mal und komm genau in so ein fucking neues Gebiet hier Ah, super Ja, sorry, kann ich ja nichts dafür Oh, mein Leben Da fehlen echt die Granaten, Alter Oh, ich muss grad ein bisschen aufpassen Alter, die Stromfliegen ist geil Ganz nah hingehen und dann einstoßen und ist das Ding tot Oh, ich bin gleich tot, Alter Ja, warte, ich bin noch nicht tot Oh, Hilfe, ich schießt im Wasser, in der Luft auf mich Oh, ich schießt im Wasser, in der Luft auf mich Ich schießt im Wasser, ich hab das gebieten Okay, oh, das sind so scheiß Luftschiffviecher, Alter König ich auch ein Rennheilung? Naja Wow, es schießt nur so aufgefuckt auf uns Ich krieg gar keine Heilung Ja, du musst doch Leute töten Ich dachte, ja, warte, du hast doch irgendwie Warte, du hast doch irgendwie Die nimmt irgendwie die rote Anzeige nicht ab? Ja, irgendwie Irgendwie nicht, gell? Nein Doch, ganz, ganz langsam Also zu langsam Ja Ja Boah, hier kommt schon wieder so ein Scheiß fliegendes Drecksvieh, Alter Kommt los ab, du Oh, mich hat's erwischt Ja Ich hab's erwischt? Ja Ja, warte, ich find das nicht Ja, da ist so ein scheiß fliegendes Kuppelfieh hier bei mir Aber die HP hat sich gar nicht regeneriert Ach, hier ist so ein fliegendes Schiff, Alter Das ist so ein großer Der da über mir schwebt Das ist viel zu hoch Ja, nee, jetzt wird nix Ja, du bist da oben auf der Autobahn Ja Jetzt bin ich da, aber jetzt bist du tot Ja, da hat grad auf jemanden geschossen, auf dich wahrscheinlich, oder? Okay, bin wir da Ja Voll krass, Mann Ja, ich glaub ich kann jetzt mal ein paar Fähigkeiten aufrüsten Ja, ups, sorry Falsche Taste wieder Mach nicht, ich hab's nichts gesehen Achso, echt? Na, wenn ich im Select-Menü drin bin Okay Ja, es gab wieder neues Bargeld Ich kauf mir auch mal neue Fähigkeiten, ne Upgrades, vor allem mit Gesundheit Schleifen? Schleifen? Also, wieso vibriert mein Ah, Hilfe! Nein! Mein Controller hat grad vibriert Ich war im Menü und die schießen auf mich und ich bin schon wieder fast tot Echt? Ja, Mann Oh shit, ich auch Alter Voll unfair Ich geh mal in so einen Waffenladen hier rein Ich bin tot Ja, ich hab's gemerkt Aber ich kann dir nicht helfen, aber ich bin selber fast tot Ein Schuss und ich bin tot, Alter Ich bin grad so in den Laden rein Ich bin grad so in den Laden rein Oha Alter, das nimmt voll langsam ab, Mann Ist echt schwieriger gemacht, oder? Ja, ich glaub auch Ja, ich glaub auch Ja, jetzt bin ich auch tot Toll Warte, wo bist du? Im Waffenladen drin Na Ja, warte, ich komm Da ist ein Bulle hier drin Ja, ich seh nicht Hier ist ein Bulle drin, Vorsicht Warte, die rote Anzeige ist gleich weg Das wär gut Danke Warte mal, warte mal, ich war mal hier drin Ich geh mal auf Fähigkeiten schauen, Alter Hallo Ich kaufe mir jetzt alles vom Gesundheit, Alter Dass die Passanten und so weiter auch Gesundheit fallen lassen, hab ich jetzt erstmal alles Gesundheit gekauft Ja, wozu die Fähigkeit Ausdauer Ausdauer erhöhen, ja Reicht nicht, scheiße Hab ich schon neue Knete? Schau mal Was erwarten Ja, wir müssen uns auf jeden Fall Gebäude kaufen Ja, wozu die normale nächste Mission starten Aber ich hau mal auf jeden Fall erstmal hier Superkräfte rein Neue, für das ganze Zeug hier Sprungleiten Ja, ich hab Superkräfte, habe ich jetzt alle aufgerüstet vorerst Ach, man kann den gedrückt halten und dann kann man gleiten Also noch mehr als dieser, nur dieser Bash Kann man denn Ja, geil, stimmt, wenn du vom Wimmel runterfällig So wie als würdest du nur einen Fallschirm runter springen Ja, aber nur cooler als Fallschirm Aber mehr kann ich hier grad beim Sprung nicht kaufen Dann kauf ich mal bei Sprint noch was Und zwar verringert Ne, hab ich verringerte Schand, dachte ich, dass ich das gekauft habe Ah ne, hat Das hat zu viel gekostet Okay, jetzt hab ich alles, was ich hier grad machen konnte Und ich hab immer noch 58, Alter Ja, wir müssen auf jeden Fall mal weiter, dass wir noch mehr Fähigkeiten kriegen Ich werde mal sagen, machen wir mal eine Mission Eine Hauptmission Oh, was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Oh, warte, mach nochmal Ja, warte Hat grad irgendwie abgebrochen Ja, okay Ah, jetzt ist wenigstens die Dinger weg, Alter Hotspots Die müssen wir kaputt machen Ich weiß auch nicht Ich weiß auch nicht Je Hässlich, Alter Bist du hässlich, Mann Ich meine ja nicht dich, ich meine, das fieh ich da Ja, aber ich doch auch nicht Ja, fühlst du dich angesprochen, oder? Wie gesagt, wir brauchen da noch so ein Auto Ja, wir brauchen ein Flugzeug, oder sowas, Alter Springen und Rennen macht mehr Spaß Das habe ich auch bei DC Universe gemacht, Alter DC Universe Online Ja, ja So Ich gleite mal ein bisschen Yay, gleiten Oh, da sieht man sonst von oben, vom Gleiten hier die ganzen Punkte Aber ich glaube, ich sammle die jetzt nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ich sehe voll viele Punkte Alter, wie krass das ist, Alter Und weißt du, woran mich das auch erinnert? Hä? Prototype Gell? Keine Ahnung Ihr Prototype kennst du da, oder? Ja, kenn schon, aber nicht gespielt Echt? Kannst du die kaputt machen, oder? Erstmal die Gegner ausschalten, oder? Okay, dann steh ab, bitte Deaktivieren? Ach, stimmt Ach, gedrückt lassen Oh Okay Guck mal, da oben auf dem Kraftfeld ist es auch noch eins Das ist das, was ich vorhin gemeint habe Jetzt kommen wir aber rauf, oder? Ah, jetzt, ja Ich habe es eingesammelt, ha Ich gleite mal da rüber Ja Könnte klappen, könnte klappen Perfekt Ja, klapp, klapp Ja, klapp, klapp Ach, Michael Ja, fuck with the president Achst du? Oh, da sind Plusdinger Oh, das ist Schrotfliegen, das ist geil Oh, gegen ein Aliengewehr Nee, brauche ich jetzt nicht Ich mache wieder Ich mache Eins von zwei, wir müssen eh nur zwei machen Okay Oh, jetzt kommen wir da rein Und rein, hier gleiten Bats Oh, schön, Tobis Oh Oh, der eine hat mich ungehauen Oh, der eine hat mich ungehauen Was machst du es, ne? Machst du, oder? Ja, lass mich auch mal Okay, ich gucke, ich gebe dir Deckung Was machst du da? Ich wollte sie auch mit Erledigt, ist unser, oder? Ja, klar, 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 Leuchten Okay Oh, was kommt jetzt? Was war das? Ehhh, das ist eins von den Vieh hier an What the fuck? Warum fliegen? Da vor dir Du, du blödes Mistding Ich will, alter Aber die Börse und die Schütze Ja Ey, bleib hier Was macht das für Attacke, alter? Er springt Wenn du springst, springe ich auch Au Was hat er mich voll getroffen mit der scheiß Attacke Da ist er Nur bei dir Was ist jetzt? Oh, ich renne grad, ich bash grad voll zu ihm hin Durch ihn, durch, in ihn rein? Ich bin grad in ihn herein gekommen Ich bin in ihm drin, ne? Und jetzt? Ich weiß nicht, ich musste grad, äh Ich musste grad einige Knöpfe drücken und ihn dann von innen zerbäschen Okay, ich hab gesehen, wie du uns immer mal reingeknopfen bist Ja, da musste ich auch ein paar Knöpfe drücken Blast freigeschaltet Blast? Blast? Äh, sollen wir das mal testen, äh, sollen wir schauen im Menü? Aber erstmal lassen wir die labern Okay Oh, okay, Szene Teleporten? 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 Rüste den Blast aus Achso, da kann man auswählen Da Vögerkreuz Und jetzt? Achso, R2 Granate, oder? Ach, Eis ist das Das ist keine Granate, das ist ne Eisattacke Wie geil Oh, wie geil, das sieht ja ein Loch einfach bei den Viechern Wie geil ist das denn? Kannst doch zerschießen Oder einfach draufschlagen Ja Cool Wie geil ist das denn, Alter Und das rüsten wir jetzt voll auf, Alter Machen wir so Flächenschaden mit Eis, oder? Ja Blast am UFO Blast am UFO Ja, au, das schützt ab Boah, Alter Ich liebe das Spiel irgendwie Boah, Blast in dem fetten Aua Was hat denn der für ein Schutzschild da drüber? Oh, der ist schon gefroren, das war's Aber nicht lange Au, das macht aber gut Schaden, oder? Ich hab aber keine Waffe Dann muss man fließen, oder? Dann muss man draufschießen Äh, lol Schau, jetzt Äh, lol Wie geil Voll die Fetzen, Alter Die brennen Yeah, wuuu Ach, jetzt kommt das hier Boah, jetzt kommen wir heiß und kalt Oh, wie geil Boah, das schauen wir jetzt auf jeden Fall im Menü Wir haben ja noch genug Punkte, Alter Ich hab eh alles gekauft von Sprinten und Fliegen Und jetzt können wir das ja mit Blast auftun, Alter Blast Ach, das sind denn die Fähigkeiten Blast ist denn da Dann Feuer ist wahrscheinlich woanders Dann haben wir noch Strom, oder keine Ahnung Oder Fliegen und so ein Scheiter, weißt? Also wenn wir noch Strom haben, dann wird's auf jeden Fall ein Cremes Blast, Element Eis Dann gibt's wahrscheinlich Feuer Dann gibt's Strom Und dann gibt's Erde, oder sowas Erde ist bestimmt dieses Stammwatter Boah, das taugt mir Die vier Elemente halt dann So, jetzt Upp, falsches Menü, sorry Schauen wir mal rein Kräfte, drei Drei neue hab ich Blast, Upgate Und Supersprung gibt's auch neue Gesundheit Oh, da Warte, man kann auswählen Bei Blast Ab geht's Oder Elemente Ich geh mal bei Elemente Eis, Feuer und Gedankenkontrolle gibt's auch noch Aber das kann man nicht machen Elemente Eis, Eis haben wir ja Ja, aber die anderen gehen noch nicht Aber Blast aufladen Lädt schneller wieder auf Auf jeden Mit dem Bereich Obwohl ich könnte nur beide kaufen, oder? Wir haben so viele Punkte Wir können alles kaufen, Alter Oh, Blast aufladen Zwei Dann hol's aber mit dem Punkttisch auf Was, zwei konntest du kaufen? Ja, ich hab keine mehr Ich hab nur noch fünf Äh, ich hab noch 50 verfügbar Richtig, ich hab gerade eben alles andere ausgeballert Ne, Blast konnte ich, äh, konnte ich nicht machen Weil ich hab erst Stufe 3 Und welche hast du? Blast? Nein, ich mein jetzt, äh, die Level Levelstufe Ah, ich bin bei 4 schon Ja, schau, ich bin bei 3 Du konntest noch die anderen machen Ich hab's noch nicht Deswegen bin ich jetzt bei, bei Oh, was? Ninja Reflex Gesundheit? Stell dir Gesundheit wieder her, wenn du Deine Ninja Reflex nutzt Hä? Was ist Ninja Reflex? Bei Sprung? Ja, ich kauf's mal, aber Keine Ahnung, was die Ninja Reflexe sind hier Beim Sprung Usch Jetzt haben wir auf jeden Fall Blast Oh, da sind Passanten Ich tu mal die Passanten Blasten, Alter Hallo, Passant Wow, wie viele Alter, wie groß der Bereich ist, wo das blastet, Alter Wow, wie geil Krass, gell? Nein, was anderes Was denn? Du hast doch vorhin irgendwie so Dinger im Boden gesehen, die so komisch aussahen Ja Warte mal, wie der ist da hinten? Schau mal mit Achso, da Ja Nee, da geht's jetzt nicht Ich hab aber grad eben eins an der Wand gehabt Und da hab ich den Eisdinger drauf geworfen und dann ist so ne Datenbank runtergefahren Okay Okay Uua Ups, sorry Alter, wie hoch kann ich denn eigentlich jetzt springen? Alter, der Hammer Ja Ah, die Energie ladet sich auf, wenn man springt Und dann irgendwie Das Wasser fällt Ja, das auch Achso, hast du schon mal aufgeladen versucht? Was? Aufgeladener Blast, haben wir da auch gekauft, oder? Ähm Aber der lädt sich schnell auf, oder? Achso, stimmt Ja, stimmt, das ist es Ich dachte, wir haben so nen Mega Blast Alter, wie viele Passanten hier sind Ja, aber Schraub auf die Uhr geguckt Was? Worauf geschaut? Auf die Uhr Äh, nein Überziehen Oh, ich hab grad Dollar Dollar sind diese komischen Zeichen da Oh, stimmt Ja, was ist das? Machen wir nochmal ein paar, dann, oder? Äh, lassen wir mal Also speichern auf jeden Fall Ja, auf jeden Fall Wir haben uns jetzt eigentlich nur noch um unsere Fähigkeiten gekümmert Ja, auf jeden Fall Und haben unsere Zuschauer grad völlig vernachlässigt Ja, gut, aber die haben bestimmt gerne Gern dazu gesehen, wie wir hier irgendwie scheiße gemacht haben Und, und Wie viel es hier gibt, hey Alter Also ich komm mal zu dir rum Und dann können wir uns dann verabschieden Jo Jo So So, kann ich dich irgendwie auch einfrieren? Nö Jo Hitter dir! Ach, scheiß, ist noch nicht voll Okay Achtung Bart Zersprung So Hä, denn, deine Hand hat so blau geleuchtet Ja, geil Ist das so blaue Faustattacke, oder was? Normale Schlagattacke Freeze Schlagattacke vielleicht Warte, ich probier's noch aus Vielleicht gefriert die ja Ne Schau mal hier, siehst du Ah, scheiße, hab ich jetzt eingesammelt Musste man die, die Gegner schlagen Dann kommen dann solche kummischen Zeichen raus Das ist das Geld So weiße, kummische Zeichen Das ist die neue Währung Ja, wir müssen trotzdem sagen, dass wir uns verabschieden Wenn wir mal stehen hier Ja Ist ja gut Jo So Also Ach, scheiße Jo Dann, würde ich mal sagen Verabschieden wir uns mal Bis zum nächsten Mal Hat Spaß gemacht Hoffentlich euch auch Hinterlasst uns Kommentare Bewertungen, sonst was Ja Und Dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal, würde ich sagen Ja, bis dahin Euer Mechasnig Und Shadowmask Tschüss Ciao